Das ist mein Mikro. Hat noch keinen Namen, aber es kriegt noch eins. Ich habe gerade die Bimmel getroffen. Mirko das Mikro. Das ist Mirko das Mikrofon. Und Bimmel, du musst da laut reinsprechen, sonst versteht man dich nicht. Das hat jetzt immer gekruspelt wahrscheinlich. Erzähl mal was du hier machst auf der Buchmesse. Ich verkauf meine Lottozahlen. Ich verkauf meine Lottozahlen. Noch lauter? Lottozahlen? An wen verkaufst du die? An alle? Sind das Lottozahlen? Ich will nur keiner kaufen. Willst du die Lottozahlen kaufen? Du? Knoppig? Lottozahlen? Ich bin ja ein Glücksschwein. Vielleicht sind ja Lottozahlen genau das Richtige für mich. Gucken wir mal in die Kamera zusammen und dann weiß ich auch nicht mehr, was wir sagen sollen. Ich glaube, bei einem Glücksschwein muss man den Bauch kubbeln. Es bringt Glück. Ja, mir auf jeden Fall. Tata. Oh. Oh. Oh, Kraulen bringt auch Glück. Na cool. Nasebohren bringt. Nein. Hier wird niemand. Du kannst deine eigene Nasebohren. Mann, das verlockt aber. Die passen da genau rein. Nein, das machen wir nicht. Nein.